Dieser wunderschöne Ford Ranger Doppelkabine Limited mit Allrad könnte schon bald vor Ihrer Tür stellen. Herzlich willkommen im Auto aus Wismar. Der Euro 6 Motor erfüllt die neuesten Umwelt- und Abgasvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Die großen und elektrisch anklappbaren Spiegel bieten beste Übersicht. Vier Türen in diesem Doppelkabine bieten leichten Einstieg und viel Platz. Hinten finden bequem drei Passagiere Platz. Schicke Leichtmetallräder unterstreichen den sportlichen Charakter. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die beheizten Lederpolster bieten viel Komfort und eine hohe Sitzposition. Fußmatten gibt es bei uns natürlich dazu. Das umfangreiche Sicherheitspaket in diesem Ranger schützt Sie rundum mit ABS, ESP, Airbags, Nebellampen vorne und der heizbaren Frontscheibe. Die automatische Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt für Wohlbehagen. Zum CD-Radio vom Typ Sync 3 gibt es einen Bluetooth-Freisprecher und ein Touchscreen. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Mit diesem super schicken Ford Ranger Limited und seiner umfangreichen Ausstattung werden Sie viel Spaß haben. Sollten Sie mit dem Wagen einen Hänger ziehen wollen, so kann er bis zu 3,5 Tonnen ziehen. Schauen Sie doch mal rein und fahren Sie in Probe. Das Team von Bismarck freut sich für Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020